Hey Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Lands of Lore. Ich habe mich noch einmal durch diese ganzen Org-Härten gekämpft und diesen Wisch hier mit aufgenommen. Genau, und hier war nochmal diese Bruno's Lodge. Wir erinnern uns, hier ist es leer und wir werden ja natürlich gleich sehr stark begrüßt. Ihr seht es. Ups, wir können nicht mehr zurück, dann bleibt uns nichts anderes übrig als Feuerball. Feuerball. Doch, hast du. Oh Gott, die sind zu stark. Das kann doch nicht sein. Komm, aufwärts, auf geht's. So, noch ein paar. Jetzt haben wir uns leider einkesseln lassen, das ist ganz schlecht. Scheibenkleister. Komm, die zwei Orks sind doch jetzt auch kein Problem mehr für uns. Hm, anscheinend doch. Ja, anscheinend doch. Wir laden doch einmal. Hm, probieren wir mal Schicksal. Vielleicht ist der Zauberstuch stärker. Ah, nein. Der drückt sie bloß nach hinten. Nochmal zurück. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig als irgendwie hier zu rasten. Und das mehrmals zu versuchen. Ah, diese Orks. So, noch einmal ein Feuerball. Rein, Feuerball und wieder raus. Und schauen, was wir anrichten können. Nur noch zwei Stück. Wo sind denn die anderen geblieben? Gefährlich. Also, einer ist schon tot. Komm, dich erlegen wir auch noch schnell. Ja, das war's. Heilen. Hä? Wer greift denn noch an? Raus hier. Angst. Heilen eins. Einmal ihn. Er kann nochmal zaubern. Und jetzt nochmal rasten. Ich hab mich schon gefragt, wo die geblieben sind. Aber da hatten sie sich versteckt. Die Hühner-Schrecker. Schade, dass wir die Bible-Musik nicht mehr zu hören bekommen. Da sind sie. Und sagen gleich Gute Nacht. So, auch noch. So. Das hätten wir ja dann einmal sichern, bitte. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Optimal. Dann hatten wir hier schon einen Knopf gesehen. Ah, wir sind immer noch in Bible. Und wir gehen nach unten. Sagt Hallo zu den Katzenstiegenhöhen. Sagt Hallo zur Dark Army. Was für ein Begrüßungskomitee. Aber im Vergleich zu den Orks sind die schwächlich. Richtig schwächlich. Conrad's Kampfkraft hat sich verbessert. Das ist was, was ich hören wollte. So. Welches Level sind wir denn mittlerweile? Level 5. Level 5. Wir möchten... Ganz wichtig. Ich möchte Gauner Level 8 werden. Wer das Spiel gespielt hat, weiß warum. Wer nicht, der wird das dann schon sehen. So. Katzenstiegenhöhen. Eigentlich sind das die Katzenstiegenhöhen. Nicht Katzenstieg. Da geht's nirgends hin. Da sind noch mehr von denen. Hallo. Eine richtige Armee hier. Jetzt wissen wir auch, wo die hergekommen sind. Okay. Da ist... Was ist denn das? Ein... Irgendwas. Da geht's nirgendwo hin. Da erstmal nicht. Dann denke ich, sind wir hier gut beraten. Einen Speicher standzusetzen. Wo geht's denn hier hin? Auch nirgends hin. Oh, hallo, Leute. Im Vergleich zu den Orks sind hier so angenehm zu bekämpfen. So, nicht so viel Schaden. Oh, sagen wir mal. Victor, was machst du hier? Willkommen, Erwanderer. Mein Name ist Prandon. Du hast endlich meine Tests. Willkommen zur Armee des Dorkpapes. Ich bin sicher, dass du mein größte Lieferant werden kannst. Ich bin Magna. Der erste Envoy des Dorkpapes. Join uns jetzt und wir werden. Wir werden niemals mit dir sein, Milek. Richard rules Gladstone. Wir würden sterben bevor wir die likes von euch. Dr. Bacarta. Du kannst uns nicht mehr aufhören. Du kannst nicht aufhören, unsere Verkaufeln. Wir werden dich hier verletzen und zurückkommen den rightigen König zu seinem Throne. Be reasonable, Conrad. Dark Army. Powerful to be. Join und become respected like Victor. Imperial Blacksmith. Honour bedeutet mehr für mich als Geld und Titel, Victor. Männer? Du kannst nicht zaubern. Das werden wir ja sehen. So. Und da hinten kommt auch schon dieser Fremder daher. Seht ihr seine Waffe? Wartet. So, seht ihr seine... Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass er zaubern kann. Komm raus hier. Einmal. Zweimal. Und du heilst mal alle. Ich habe nicht genug Menschen. Hu, 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 hu. Der Kerl sieht ein bisschen aus wie Splinter. Von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Oh Gott. Haut der rein. Das muss man ihm lassen. Und er ist sauschnell. Wirklich sauschnell. 41. Wie viel Lebenspunkt hat denn der? Er hat mir jetzt schon richtig viel abgezogen eigentlich. Ach, Herr Jemini. Komm, wir müssen das doch jetzt schaffen. Nicht schon wieder neu laden. 7. Ich... Mir wird schwindelig ein bisschen von diesem Circle Straving. Ach, Jemini. Wir könnten mal so ein bisschen ihn ablenken. Heilen haben wir ja noch einmal übrig. Nein, 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 nein. Oh. Komm weg hier. Jetzt kann unser Konrad wieder angreifen. Wir kriegen dich. Danke. Das war's. Was haben wir? Jarens Schlüssel. Da ist wohl Jaren. Wo ist der Junge eigentlich? Stab Tarsal. Hier haben wir noch Platz. Den Schmiedehammer können wir jetzt endgültig verschwinden. Hallo, Statuette. Hallo, dunkler Panzerhandsch. Der ist ziemlich lustig. Ja, damit können wir unseren Gegner slappen. Äh, wir wollten eigentlich... So läuft das. Einmal bitte rasten. Äh, wartet kurz. Heilen wir mal unseren Bacchata, dass er auch mitkommt. Nach dem Schreck brauchen wir erstmal Ruhe. Wo war das denn da, glaube ich? Hier waren wir, ne? Ja. Der Krieg ist kalt. Das sollte einen Dampfer auf den dunklen Armee-Aktivitäten setzen. In der Tat. Oh, sah. Ah, gut. Er hat nichts Neues zu sagen. Wo ist Victor hin? Dieser Verräter. Steht das jetzt nicht auf der Karte? Oh, doch hier. Heerführers. Heer-Fuhrers. Was ist denn das für eine Übersetzung? Das ist der Commander, den Victor übrigens gemeint hat. Auf Englisch steht er auch ganz brav. Oh, ein Knopf. Oh, eine Salbe, die wir nicht brauchen, aber nehmen wir es einfach mal mit. Ja doch, das hat Spaß gemacht. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier ist doch irgendwas mit. Genau. Ist jetzt irgendwas aufgegangen? Ich denke, hier ist was aufgegangen. Aber wir können nichts machen, oder? Ein Warnlock. Nichts? Nee. Schlösser, die wir nicht öffnen können. Okay. Ihr kennt unser Ziel mittlerweile. Wir müssen zwei Schlüssel finden, um da reinzukommen. Ups. Habe ich was übersehen? Da unten geht es ja noch weiter. Da kamen wir her und da gibt es auch nichts. Nun gut. Dann müssen wir schauen, wo wir weiterkommen. Ah. Die kommt mir bekannt vor. Ah, ja. Das war's. Und ich höre Elektrogeräusche. Eine Einkerbung. Noch eine Einkerbung. Dann benutzen wir doch erstmal diese hier. Wo kommen wir denn hier hin? Auf jeden Fall irgendwo hin, wo wir nicht mehr zurück können. Na, großartig. Habe ich hier irgendwo einen Schalter gesehen? Nährt. Hi. Diese dunkle Abi. Immer wieder einen Spaß. Immer wieder für einen Spaß zu haben. Oh. Du hast es aber lang auskalt. Die müssen auch ziemlich... Naja. Stark sein. Oh. Hallo. Ähm. Seht ihr das da? Ganz leise aufflackern. Immer wieder. Das ist ein Gegner. Mhm. Okay. Wie fangen wir an? Oh. So nicht. Bin ich? Ah, da. Wieder so ein Gegner. Den können wir nicht treffen. Also nicht wirklich. Deswegen... Ah, es lebt noch. Ah, jetzt ist es weg. Das war jetzt nicht so geplant. Okay. Tür aufmachen ist wohl nicht. Dann müssen wir hier hin. Wo landen wir? Ich höre es brutzeln. Ah, wir landen wieder genau davor. Okay. Dann gehen wir hier hin. Wir gucken den Knopf. Wie wäre es mit hier hin? Oh, er kommt. Er kommt. Hallo. Sie dürfen... Okay. Sie halten Stufe 3 gut aus. Und noch ein Knopf. Und noch ein Knopf. Ich höre noch welche. Hier irgendwo ist einer. Da ist einer. Und... Nein, er lebt noch. Natascha, hören. Nee, immer noch. Man fühlt sich schwindelig. Seht ihr... Schaut seine Zauberpunkte an. Jawohl. Die berauben uns bei einem Treffer aller Zauberpunkte. Und sie mit einem normalen, mit konventionellen Waffen zu treffen ist. Nahezu unmöglich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das hier geschafft habe. Da ist er hin. Aha. Und wieder mal ein One-Way-Ticket. Und noch ein One-Way-Ticket, oder? Ja. Da kommen wir wieder nur mit der Hand weiter. Da geht's nach unten. Na, wo geht's denn da hin? So, so. Nirgendwo hin. Das ist ein Gar-Nichts. Okay. Hier waren wir noch nicht, oder? Ja, wir gehen in die richtige Richtung. Aha. Der macht... Aha. Ah, dafür ist der hier dann weg. Oh, mein Fehler. Ah, da kommen wir hier wieder raus. Wo ist der Treppenaufgang? Hier. Ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel. So, schalten. Aha. Ah. Nun gut. Wie machen wir denn das zuerst? Machen wir hier... Gehen wir einfach mal hier durch. Wo kommen wir denn hier raus? Ah, wir befinden uns also ein paar Meter weiter. Da ist ein Teleprompter. Können wir das beschweren? Na, die Mitteilung ist nicht schwer genug. Benance Reserve auch nicht. Eine Ölflasche. Haben wir überhaupt noch Steine? Einen. Den Granitfels trocken. Der wohl auch nichts tut. Nee. Das möchte so nicht. Dann gehen wir hier durch. Und sind wieder hier. Beschweren wir ihn mal so. Hey. Du sollst... So stimmt das. Da möchte ich durch. Na, wo sind wir jetzt? Auf dieser Seite. Aha. Oh, da ist jemand. Ah, noch jemand. Ah, da. Hallo. Oh, du lebst noch. Ja, das ist langsam Basis aber hier. Danke. Einmal bitte rasten. In Ordnung. Einmal auffüllen. Und damit möchte ich mich aus diesem Video verabschieden. Bis dann, Leute. Bis dann. Bis dann.